Der skeptische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 299. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast. Muss man so einmal von der Zunge herabrollen lassen, diese unglaubliche Zahl. Wie immer bei mir natürlich, was mich sehr glücklich macht, die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Danke dir. Hallihallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu dieser neuen Hoaxzilla-Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück auch heute der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und es ist warm und ich bin müde und es waren tausend Dinge heute zu erledigen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Nein, und trotzdem habe ich große Freude hier aufzunehmen und irgendwie, das machen wir gleich im Thema. Es ist verrückt, dass wir das, was wir heute machen in der 299. Folge, eigentlich erst in der 299. Folge passiert ist. Ist aber wurscht, trotzdem schön. Und wir machen jetzt aber, bevor wir dann mit dem großartigen Thema, es ist super, wie ich diesen Spannungsbogen aufbaue. Mir ist aber viel zu warm. Eigentlich ein Thema starten, da war ich stehen geblieben. Raten wir mit der Hoaxmistress. Ja, da war sowas mit einer Geschichte, ne? Die heutige Story ist, wenn sie denn wirklich passiert ist, einem Ehepaar aus Darmstadt passiert. So weit, so gut. Dieses Ehepaar fährt in den Urlaub für ein paar Wochen und fragt vorher ein befreundetes Ehepaar aus der Nachbarschaft, ob sie nicht nach dem Haus gucken können. Das macht man ja des Öfteren mal so unter Nachbarn, denke ich. Dass die halt mal nachschauen, ob im Haus alles in Ordnung ist, vielleicht mal die Blumen gießen und schauen, dass da keiner eingebrochen hat und so weiter. Und das klappt auch so. Es gibt keine Probleme, bis irgendwann die Tiefkühltruhe dieses Ehepaars aus Darmstadt den Geist aufgibt. Die wird undicht, kühlt nicht mehr. Und der aufgetaute Inhalt, der fängt auch schon verdächtig an zu stinken. Also so verwesungsmäßig, was wirklich unangenehm ist. Also ich möchte nicht nach Hause kommen und dann irgendwie so eine gammelige Kühltruhe nebst Inhalt irgendwie zu Hause stehen haben. Das ist halt nicht so schön. Und den Nachbarn, die das Haus versorgen, bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als die Truhe komplett abzuschalten, also vom Netz zu nehmen und den ganzen Inhalt eben zu entsorgen. Das ist halt manchmal so. Also Leute, die schon mal Probleme mit ihrem Kühlschrank hatten, die werden das kennen. Genau, der Hooks Master seufzt. Und dann kommt natürlich irgendwann dieses Ehepaar aus dem Urlaub zurück, bedanken sich bei den Freunden, bei diesem Nachbarehepaar, dass sie halt nach dem Haus geschaut haben und erfahren dann von dem Pech mit der Kühltruhe. Und da fragen die dann ganz vorsichtig zurück, ob dieses Nachbarehepaar denn den ganzen Inhalt der Kühltruhe einfach so unbesehen entsorgt hätte. Denn, und jetzt kommt das dicke Ende, sie hätten aus Sicherheitsgründen in dieser Kühltruhe vor dem Urlaub ihren ganzen wertvollen Schmuck deponiert. Oh nein. Ja. Es wird hier an dieser Stelle in dem Bericht nicht aufgelöst, ob dann der Schmuck tatsächlich auf der Müllkippe gelandet ist, aber soweit die Geschichte. Klingt jetzt auch so ein bisschen nach moderner Sage oder vielleicht eben auch nicht, man weiß es nicht, wir gucken mal am Ende der Sendung. Sehr verrückt. Ja, dann ratet bitte, überlegt schön und wir machen jetzt weiter mit den Top 5 der modernen Sagen und da freue ich mich sehr drauf. Thema der Woche. Ja, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir mal auf die Idee gekommen sind, so eine Top 5 Episode zu machen. Die ein oder andere Urban Legend hat die Hoax Mysteries euch ja im Verlauf der letzten über zwölf Jahre ja schon erzählt. Wir haben uns aber vor einiger Zeit mal gefragt, was sind eigentlich die schönsten Urban Legends. Da geht das Problem eigentlich schon los. Modernen Sagen, die wir so kennen, die wir erzählen wollen. Und das ist natürlich sehr, sehr subjektiv und da sind auch Geschichten dabei. Es wird um Spinnen gehen. Es wird darum gehen, dass es einem Hund vielleicht nicht gut geht. Das mal als Triggerwarnung vorweg für Leute, die das belastet. Aber wohlwissend natürlich, dass es sich hier um moderne Sagen handelt. Das heißt, alles, was wir euch hier erzählen, sind Geschichten, die so nicht wirklich passiert sind. Wir werden sie natürlich versuchen einzuordnen und nochmal auf diese Motivik eingehen. Da wird Alexa sicherlich nochmal aus ihrem profunden Fach wissen, was die Erzählforschung angeht. Nur keinen Druck erzeugt. nochmal mit euch ein wenig erörtern oder für euch erörtern, was das Besondere an dieser besonderen Erzählform ist. Aber wir haben gedacht, das können wir uns jetzt einfach mal rausnehmen. Wir sind jetzt so auf dem Zenit des Podcastings angekommen, dass wir jetzt einfach machen können, was wir wollen. Aber wir bekommen natürlich von euch immer wieder zurückgemeldet, dass so diese spukigen, düsteren, gruseligen Geschichten bei euch gut ankommen. Und wir waren natürlich in der Vergangenheit jetzt öfter auch mal sehr politisch unterwegs und haben gedacht, irgendwie back to the roots, mal wieder ein bisschen mehr in die erzählenden Geschichten hinein. Deswegen heute die Top 5, also unsere Top 5, die Hoxilla Top 5 der modernen Sagen. Ja, vielleicht auch noch von mir ein bisschen vorgeplänkelt, bevor wir gleich mit der ersten Geschichte anfangen. Erstens, ich wundere mich wirklich, dass wir das noch nicht gemacht haben bisher. Und zweitens, wir haben an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch schon mal die eine oder andere Geschichte in anderem Zusammenhang erwähnt oder angedeutet. Also nicht sagen, hier im Moment alles Wiederholung oder Bottle Show oder was auch immer. Wir legen den Fokus vielleicht nochmal auf ein paar andere Sachen. Und wir haben ganz oft sowas in Vorträgen angesprochen. Aber eigentlich so in der Form nicht beim Podcast. Und dann noch vorausgeschickt, es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, da überhaupt 5 auszuwählen, weil wir natürlich eine Fülle von Geschichten gefunden haben. Es gibt ja diese wundervollen Sammlungen von Bretenich. Und allein da findet man schon viele. Und dann gibt es halt auch noch die anderen Volkskundlerinnen und Volkskundler, die gesammelt haben. Also Brunwand zum Beispiel, der ja vor Bretenich schon gesammelt hat. Und die haben halt auch schon wahnsinnig viel zusammengetragen. Und dann kommt natürlich auch noch das Netz dazu und so weiter. Aber egal, wir fangen mit Platz 5 an. Also wir machen das so wie in diesen klassischen Chartshows. Wir fangen natürlich nicht mit Platz 1 an, sondern mit Platz 5. Und das ist der Spinnenbiss. Und die Geschichte dreht sich in den meisten Varianten um ein junges Mädchen. In dem Fall ist es so, dieses junge Mädchen schläft und eine Spinne krabbelt wohl über ihr Gesicht. Und setzt sich einen Augenblick auf die Wange. Und am nächsten Morgen sieht sie also, dass sie da so einen roten Punkt hat auf der Wange. Und fragt ihre Mutter. Und die schaut dann drauf und sagt, das sieht aus wie ein Spinnenbiss. Das geht schon irgendwie weg. Aber du darfst auf gar keinen Fall kratzen. Zeit vergeht. Das Ding wird ein bisschen größer und mehr wie so ein großer Pickel. Und bereitet wahrscheinlich auch wirklich Schmerzen. Und dieses Mädel geht dann halt nochmal zur Mutter und sagt, Ja, das ist jetzt irgendwie größer geworden, dieser komische Spinnenbiss oder was auch immer das ist. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich doch irgendwie mal was dagegen unternehmen. Und das tut auch weh. Und die Mutter sagt dann, ja, das passiert manchmal. Das ist der Pickel, der sozusagen irgendwie jetzt sich entwickelt. Und bloß nicht drangehen. Und dann vergeht noch weitere Zeit. Und die Schmerzen werden stärker. Und das sieht auch nicht schön aus, das Ganze. Und dann geht also dieses Mädchen ein drittes Mal zu seiner Mutter und sagt, Du, jetzt reicht es mir irgendwie. Jetzt müssen wir was machen. Und die Mutter ist dann endlich mittlerweile auch so ein bisschen besorgt, was das Ganze denn ist. Und dann gehen sie halt zum Arzt, der aber erst am nächsten Tag irgendwie einen Termin hat. Und bevor das dann dazu kommen kann zu diesem Termin, nimmt das Mädel abends noch einen Bart, um sich auch so ein bisschen zu entspannen. Und auf einmal geht halt diese Beule auf an der Wange und herauskrabbeln wirklich in Scharen Babyspinnen. Also so ganz kleine Spinnen, die dann halt ins Wasser hüpfen und offensichtlich aus Eiern gekrochen sind, die die Mutterspinne da in der Wange gelegt hat. Ja, eine sehr, sehr schöne Geschichte für mich als Arachnophobiker natürlich besonders schlimm, diese Geschichte. Und das müssen wir jetzt natürlich mal so ein ganz kleines bisschen alles einordnen, weil natürlich da jetzt ganz viele Dinge zusammenkommen. Und ich höre jetzt schon quasi, wie Menschen anfangen, Kommentare zu schreiben. Halten wir zunächst mal fest, dass es sich hier um eine moderne Sage handelt. So wie ich jetzt gerade die Geschichte erzählt habe, ja. Genau. Das heißt, die Geschichte hat nicht stattgefunden. Die gibt es in zahllosen Variationen. Du hast diese Variante jetzt gewählt, um sie zu erzählen. Warum, sage ich gleich noch, aber sprich erst. Genau. Und man findet jetzt relativ zügig, wenn man da so ein bisschen nach sucht, eine Schlagzeile, die sowohl im englischsprachigen Raum als auch im deutschsprachigen Raum gut zu finden ist, werden wir euch auch verlinken, nämlich die Schlagzeile Spinne legte Eier in Charlize Theron's Bein ab. Das ist eine Geschichte, die sie im Rahmen einer Kinopremiere erzählt. Da ging es damals, das war im Jahr 2015, ist diese Pressemitteilung durch die Gegend gegeistert und ist sozusagen als Begleitung zu dem Kinofilm Mad Max Fury Road dann gelaufen. Das war so ein Aufhänger. Aber wenn wir nicht schreiben, Charlize Theron hat einen neuen Film gemacht, sondern hat erzählt, sie kommt aus dem Outback, dem australischen. Das ist auch schon wieder so lange her. Das ist auch schon wieder so lange her, ja. Und da sei also, da gäbe es ja ganz viel Viechkram und sie sei aber eine ganz taffe Cookie, was sie wahrscheinlich sogar auch ist, will ich gar nicht abstreiten. Und es wird ihr also in den Mund gelegt. Sie hätte dem Hello Magazine erzählt, dass eine Spinne in ihrer Haut Eier abgelegt hat und da sind dann die Spinnen rausgeschlüpft. Und deswegen habe sie zwei kleine Löcher an ihrem Bein, weil die ziemlich gute Arbeit geleistet hätten, die Spinnen und Graben. Das ist die Story, die findet man bei T-Online, bei VIP, fragt mich, wie die ganzen Promi-Portale heißen. Und das dann aber auch im englischsprachigen Raum. Und jetzt könnte man also sagen, ja, aber wenn denn doch das gar nicht, also was ist denn jetzt, können denn Spinnen, also gerade habt ihr gesagt, Spinnen können das nicht, sei eine Urban Legend. Jetzt gibt es hier eine Schlagzeile. Und dann muss man sich natürlich damit beschäftigen, was sagen denn Biologen oder Spinnenforscher zu dem Thema. Und das haben wir dann auch gefunden. Auch diesen Artikel werden wir euch verlinken. Und es ist einfach so, dass eine Zoologin und Experte für die Arachnologie, also die Spinnenkunde, völlig klar sagt, es gibt keine Spinnen, die Eier unter die Haut von Menschen ablegen. Völlig unmöglich. Das gibt es nicht in der gesamten Natur. Spinnen haben eher, ihre Eier spinnen die eher in so einem Konkon ein. Der braucht aber nicht irgendeinen Wirtskörper oder so. Eine ganze Reihe von Spinnen tragen diesen Konkon ja sogar auch mit sich herum zum Teil. Also es gibt keine Spinne, die sich in die Haut ablegen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass man sagen kann, ja, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwas in der Richtung. Was wir erleben ist, dass im Grunde genommen wir so etwas Ähnliches haben können. Und das sind die Parasiten, die wir bei der Kretze haben. Das sind nämlich so kleine Tierchen, die so ein bisschen spinnenartig aussehen. Und das sind tatsächlich Tiere, die dann auf der Haut, in der ersten Hautschicht leben, da auch rumkreucheln. Furchtbar unangenehm für diejenigen, die daran erkranken. Natürlich gut zu behandeln mit entsprechenden Medikamenten und Shampoos und all solchen Dingen. Da ist das sehr, sehr gut in den Griff zu bekommen. Die sehen so ähnlich aus. Es sind aber formal gesehen keine Spinnen. Und die einzigen Insekten generell, die in den Körper eindringen oder Eier in den Körper legen, sind dann die Tiere, Schmeißfliegen und Fliegenmaden, die am Ende eines Lebens dann auch dafür sorgen, dass Menschen der Natur wieder zugeführt werden, wenn sie verstorben sind. Das ist dann Teil des Verwesungs- und Zersetzungsprozesses. Das sind Tiere, die sozusagen Eier ablegen können. Das heißt, Charlize Theron hat das entweder nicht gesagt, das weiß ich nicht. Oder anders gesagt. Oder anders gesagt. Oder aber irgendeine PR-Agentur hat es dann aufgegriffen, nicht verifiziert. Und das ist halt eine coole Geschichte für so einen Actionfilm mit einer starken weiblichen Hauptdarstellerin, die sie ja ist. Und jeder schreibt es von jedem ab. Und niemand macht sich die Mühe, mal nachzuforschen, ist das überhaupt eine reale Geschichte. Dafür ist die Schlagzeile zu spannend. Auch ein klassisches Ding, was natürlich jetzt so eine moderne Sage am Leben hält. Weil jeder, der irgendwie sagt, wenn es nicht stattgefunden hat, bei der ist es doch passiert. Also wir sind jetzt natürlich insofern in der schwierigen Lage, weil wir das eigentlich nur dann verifizieren könnten, wenn wir Charlize Theron fragen würden. Würde ich wahnsinnig gerne machen. Die Erfolgsaussichten für so eine Unternehmung sind jetzt nicht so groß. Aber das wäre halt eine Möglichkeit, wirklich mal an der Quelle nachzufragen, ob sie das denn so erlebt hat oder nicht. Denn ansonsten sind wir halt auf die Quellen im Netz angewiesen. Und dass auch in wirklich seriösen Zeitungsmedien manchmal Falschmeldungen drinstehen. Das haben wir ja auch hier im Podcast und auch in Vorträgen schon zur Genüge besprochen. Die sogenannte Zeitungsente ist nicht erst eine Erfindung der letzten Jahre, sondern die hat es halt schon ganz, ganz lange gegeben. Und gerade solche Sensationsmeldungen erinnern eigentlich so ein bisschen an die frühen Flugblätter. Also zu Beginn der Entwicklung von Zeitungen und von Medien, die in der Lage sind, ganz viele Menschen zu erreichen und sich sehr, sehr oder schneller weiter zu verbreiten. Da hat man dann eben solche Meldungen, die halt die Leute auch emotional ansprechen. Da sind wir dann natürlich wieder beim Knackpunkt, bei den modernen Sagen, die erwischen uns eiskalt bei unseren Ängsten und Sorgen. Und hier ist es natürlich ein Sammelsurium. Da können wir gleich noch mal über die verschiedenen Motive in dieser Geschichte sprechen. Das ist ein Sammelsurium unserer verschiedenen Ängste. Und insofern natürlich ein Paradebeispiel für moderne Sagen. Ich will auch gerade noch einmal, also Charlize Theron können wir natürlich fragen, wie die Geschichte entstanden ist. Wir können mit aller Sicherheit sagen, dass es keine Spinne gibt, die das macht. Also vielleicht hat es irgendein Tier gegeben, vielleicht hat sie sogar die Kretze gehabt. Kann ja sein. Wäre ja eine Option. Vielleicht will man das dann auch nicht erzählen und kommt dann auf Spinnen. Wir wissen es eben einfach nicht. Wir können aber sagen, Spinnenforscher sagen, das passiert nicht. Jetzt habe ich den nächsten Kommentar schon vor Augen. Deswegen greife ich ihn auch nochmal auf, wo man dann sagt, aber halt. Es gibt doch die Geschichte eines jungen Mannes, der aus seinem Bali-Urlaub oder in seinem Bali-Urlaub tatsächlich einen roten Striemen mitbringt. Und dann stellen Ärzte fest, dass dieser rote Striemen jetzt keine Blutvergiftung oder etwas in der Art ist, sondern eine tropische Spinne, die unter die Haut geraten ist und sich dann tatsächlich unter der Haut durchgefressen hat. Liebe Leute da draußen, was ihr jetzt gerade nicht mitkriegt, ist, dass ich blass geworden bin. Hier im warmen Studio. Hast die Farbe etwas gewechselt, gebe ich zu. Also auch das ist eine Geschichte, die ist passiert. Wir sind jetzt aber sehr weit weg inzwischen von Spinneneiern, sondern hier ist eine Spinne, wird sehr verknappt erzählt. Interessanterweise ist es dann auch einmal Dylan Thomas, dem das passiert ist. In einem anderen Artikel heißt der junge Mann Dylan Maxwell. Vorname sind wir uns einig. Die Narbe und das Foto ist das gleiche. Dass es in Bali passiert sein soll, stimmt auch in beiden Artikeln. Ich werde die auch mal beide verlinken. Ich vermute, dass es die gleiche Person ist, aber irgendwie heißt die mal so oder mal so. Und das ist tatsächlich passiert. Und man vermutet hier aber eher, dass diese Spinne durch eine Wunde, die er hatte, der Dylan Thomas, eingedrungen ist in dem Körper. Und im Grunde genommen ist das jetzt nicht das Soziotop dieser Spinne, sondern sie war so ein bisschen verzweifelt und wollte eigentlich raus und hat sich dann aber halt in die falsche Richtung bewegt. Also es gibt keine Spinnenart, die sagt, oh, ich niste mich jetzt mal in den Menschen ein. Ich frage mich auch gerade, wie lange Spinnen so unter der Haut überleben können. Das ist nicht genau ihre Lebensstrategie. Und dass sich das verfärbt, vermutlich hat sie vielleicht sogar ein bisschen Gift verwendet, was sie ja auch machen kann. Also Spekulation jetzt, dafür sind die Artikel zu kurz, wie sie dargestellt werden. Aber ganz interessant, das hat es dann auch wiederum gegeben und auch hier erleben wir natürlich, dass dann hier, wenn das dann auf einer Party mit einem Bier in der Hand auf dem Balkon oder einem anderen Kaltgetränk, nicht alkoholischer Natur, das ist genauso gut, erzählt wird, vermischen sich solche Geschichten natürlich. Und was sich natürlich hier in dieser Geschichte mit der Spinne sicherlich auch abbildet, ist so, dass die allermeisten Menschen zumindest Unbehagen bei Spinnentieren empfinden, weil sie uns sehr, sehr fremd sind durch die acht Beine. Wir wissen nicht genau, in welche Richtung geht sie bei vielen Spinnen. Manche Springen, möchte ich auch mal betonen an dieser Stelle. So, jetzt haben die Letzten abgeschaltet, die Arachnophobie haben. Ich hätte es jetzt getan. Man weiß nicht genau, in welche Richtung sie gehen, wo ist vorne, wo ist hinten. Das ist für uns nicht vorhersehbar. Bei zweibeinigen oder vierbeinigen Lebewesen sind wir das deutlich gewöhnter. Das heißt, je fremder uns etwas ist, desto mehr Angst haben wir davor. Und natürlich gibt es giftige Spinnen. Übrigens bei uns in Deutschland so nahezu keine echten einheimischen Spinnen, die in irgendeiner Art und Weise gefährlich wären. Australien ein bisschen anders. Aber da will ja der ganze Kontinent sowieso nur alle töten, weil da sowieso, ich weiß nicht, wie viele der giftigsten Tiere der Welt herkommen. Das, was auf diesem Kontinent ist, will dich töten. Will dich töten. Ein alter Spruch der Australier. Also, das mischt sich natürlich dann prima. Und dieses Narrativ von kleinen Spinnentieren, also eine ist ja schon schwierig. Und wenn man sich dann hunderte vorstellt und werden natürlich mal, ich habe meinen Mut überwunden und habe mir das mal angeschaut, wie so ein Spinnen-Kurkan, wo dann kleine Spinnen dann schlüpfen und zur Welt kommen. Dann, da wird mir dann auch ein bisschen anders. Ich musste mir das dann immer rationalisieren und sagen, wenn wir Spinnen nicht hätten, dann wäre die Erde mit einem mehrere Zentimeter dicken Teppich aus anderen Insekten bevölkert, weil Spinnen halt natürlich auch Insekten fressen und fangen, also insofern haben die auch ihren Platz. Wie war denn das jetzt noch mal mit dem Spinnenessen im Schlaf? Das ist doch auch nur so ein Gerücht, ne? Habe ich recherchiert. Kann ich Ihnen was darüber erzählen? Auch da, dieses Gerücht, im Laufe eines Lebens hat ein Mensch acht Spinnen im Schlaf gegessen. Da sind sich die Spinnenforscher auch relativ einig, dass das nicht stimmen kann. Es ist nicht auszuschließen, dass es diesen Fall geben kann. Aber wir müssen uns mal überlegen, was ist denn so die Lebensweise einer Spinne, wenn sie denn auch mit dem Menschen zusammenlebt, die sitzt halt irgendwo rum und wartet darauf, dass Insekten in ihr Netz fliegen. Das ist so eigentlich das, was Spinnen bei uns machen. Eigentlich auch weltweit. Es gibt dann so ein paar Abwandlungen, welche die unter der Erde in so Höhlen sitzen und so. Aber generell Spinnen jagen ja erstmal nicht so zwingend immer aktiv, sondern eher passiv. Und Spinnen sind ja sehr gut darin, Vibrationen und solche Geschichten wahrzunehmen. Das gehört zu ihrer Sensorik, damit sie gute JägerInnen sind in ihrem Bereich. Ich habe gerade Spinnen gegendert. Ich bin völlig irre inzwischen. Egal. JägerInnen. Spinnen sind JägerInnen. Ach so, das ist süß. Irgendwann gendern wir eh alle. Ich freue mich jetzt schon auf die YouTube-Kommentare. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dass das so ein primärer sensorischer Apparat von Spinnen ist, dann müssen wir mal vorstellen, wie so ein schlafender Mensch, also stellen wir uns mal vor, wie ich auf eine Spinne wirke. Ich schnarchle ja nur, wenn ich wirklich betrunken bin, wie mir meine Frau seit vielen Jahren bestätigt. Das passiert sehr selten. Aber ich bin ein eher unruhiger Schläfer, wie du vielleicht den HörerInnen unseres Podcasts... Hast du gerade ich spinnen? Ich spinnen. Ich spinnen. Es ist einfach zu warm. Unruhiger Schläfer, das heißt, ich wälze mich viel rum. Und das sind natürlich Vibrationen und Lärmgeräusche, die jetzt eine Spinne nicht so attraktiv findet. Ich bin halt ein großes, komisches Ding, was sich viel bewegt, was eine potenzielle Gefahr auch für eine Spinne bedeutet. Warum sollte sie sich überhaupt der Gefahr aussetzen, auf mir herumzukrabbeln? Das macht für die überhaupt gar keinen Sinn, das zu tun. Allein das tiefe Atmen von Menschen, unabhängig vom Schnarchen oder nicht, ist vibrationsmäßig sehr auffällig. Das heißt, eine Spinne, die sich mit einem Menschen zusammen in einem Raum befindet, findet die Ecke, wo der Mensch ist, überhaupt nicht cool. Deswegen kommen sie uns natürlich im Schlaf auch nicht nahe und deswegen werden wir auch nicht Spinnen auffuttern, weil das für sie halt überhaupt gar keinen Sinn macht, an schlafende Menschen heranzukommen. Auch das eine Urban Legend. Und nochmal, natürlich mag es Situationen geben, die man konstruieren kann, wo das mal passiert, aber sicherlich nicht achtmal im Leben eines Menschen. Völlig unmöglich und wahrscheinlich auch noch nicht mal einmal. Da muss, glaube ich, sehr viel zusammenkommen, damit das passiert. Okay, zurück zur Urban Legend, zur modernen Sage über den Spinnenbiss. Wir sind da in einem relativ großen Komplex, zu dem man eigentlich auch andere Varianten der deplatzierten Spinne packen könnte. Also die Spinne in der Jucca-Palme, die Spinne, weiß ich nicht, im Haarknoten, also im Dutt, gibt es ja auch. Und es gibt auch Varianten vom Spinnenbiss, wo doch das Mädel dann zum Doktor geht, also zum Arzt geht und der sticht dann eben diese Beule auf und dann kommen halt die ganzen kleinen Spinnen heraus und oft wird auch dann noch der Nachsatz dazu genommen, dass dann dieses Mädchen wahnsinnig wird durch dieses Erlebnis. Und wenn wir uns mal die einzelnen Motive anschauen, also wir haben natürlich das Motiv der Angst vor Parasitenbefall. Das haben wir ja auch in solchen Verschwörungs, ich würde schon fast sagen, Verschwörungsmythen wie den Morgellons, also dass da irgendwie so kleine Viechlis sind, die auf der Haut sitzen oder in der Haut sitzen, haben wir auch mal eine andere Folge drüber gemacht und darüber gesprochen. Also die Angst eben vor diesem Parasitenbefall spielt da sicherlich eine Rolle. Und was die Motive angeht, die auch teilweise dann auf ein fremdes Land hindeuten, also auf einen Urlaub irgendwo, das haben wir ja sogar bei dieser Zeitungsgeschichte da aus Bali mit der Spinne, die unter die Haut krabbelt, kommt dann auch noch die Angst vor einer fremden Umgebung dazu, vor einer Fauna in dem Fall, die wir nicht einschätzen können, die uns potenziell irgendwie gefährlich sein will. Und zack hat man eben an die Ängste appelliert, die ganz, ganz viele Menschen teilen. Und das macht halt diese Geschichte so erfolgreich. Und ich musste gerade bei der Variante, die ich erzählt habe vorhin, daran denken, ob sich nicht vielleicht die Macher von Alien da auch so ein bisschen dran orientiert haben. Also dieser Chestburster, also man ist eigentlich ganz unbedarft und auf einmal bricht es sozusagen aus einem hervor, dieses unheimliche Krabbelzeug oder ein Alien oder was auch immer. Vielleicht ist das irgendwie so eine Inspiration gewesen. Keine Ahnung. Und dann kommt noch hinzu, dass wir damit unsere eigene Umwelt und auch den eigenen Körper eigentlich wieder so ein Stück weit mystifizieren. Also da passieren Dinge mit uns, die wir nicht beeinflussen können. Das auch noch bei uns zu Hause. Also der Einbruch des Unheimlichen in den Alltag. Wir haben es ja bei den modernen Sagen ganz oft mit Settings zu tun, die wirklich in unserem ganz stinknormalen Alltag spielen. und auf einmal passiert irgendwas, das dann besagt, dass wir die Kontrolle über unser Leben verlieren. Und ja, auch das funktioniert hervorragend bei den modernen Sagen. Und dieser Spinnenbiss in seinen vielen, vielen Varianten, ich hätte jetzt noch weitere erzählen können, ist halt so ein Evergreen. Genau. Platz fünf. Genau. Jetzt müssen wir einmal, weil du sie erwähnt hast, ich dachte, du kannst umhin sie nicht zu erwähnen. Ja, es gibt Bananenspinnen in Supermärkten in Deutschland. Wo die Supermärkte geschlossen werden, wo man dann schaut, weil die tatsächlich auch relativ giftig sind. Die sind nicht einheimisch, das heißt, da widerspreche ich mir selber nicht, sondern die werden natürlich dann tatsächlich über die Container, in denen dann die Bananen typischerweise drin sind, mit nach Deutschland gebracht. Das ist häufiger sogar passiert, wenn man danach sucht, in Google oder sonst wo, dann findet man das mehr als einmal, dass dann Supermarkt dicht gemacht worden ist. Diese Geschichte ist aber etwas anders als die Geschichte der Spinne in der Juckapalme. Das ist nochmal ganz wichtig. Und natürlich muss man dann bei den Erzählformen dann bei der Geschichte erstmal bleiben. Das ist natürlich über den Import von Lebensmittelpflanzen und anderen Dingen aus fernen Ländern, natürlich auch so blinde Passagiere gibt, ist völlig unstrittig. Die Spinne in der Juckapalme ist ein bisschen anders gelagert. Und wir erleben aber mehr als einmal, dass wir auch in Deutschland schon exotische Spinnen dann hatten. Also und auf die Gefahr hin, dass ich jetzt nochmal einen Schritt zurückdrehe, ich wollte dir noch ganz kurz erwähnen, warum ich gerade diese Variante erzählt habe. Und da finde ich es ganz, ganz spannend, dass die eine Dreiteilung hat, die man ansonsten nur beim Volksmärchen hat. Also die Tochter geht zweimal hin zur Mutter und sagt, da ist irgendwas komisch, das tut auch weh, mach doch irgendwas. Und erst beim dritten Mal reagiert die Mutter und sagt, so jetzt machen wir einen Arzttermin. Das fand ich noch ganz bemerkenswert, weil man das normalerweise beim modernen Sagen so in der Form nicht hat. So, jetzt aber Platz 5, dann haben wir das beantwortet. Jetzt kommen wir zu Platz 4 der modernen Sagen. Platz 4 ist, da kommen wir schon ganz viel, fremde Orte potenziell gefährlich für uns. Das ist da schon alles mit drin. Und worum geht es? Auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Nämlich die angebliche Geschichte von, wir sagen eher so Kanalisationskrokodilen, vielleicht wegen der Alliteration. Wenn man so ein bisschen genauer hinschaut und sieht, dass das so aus den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt, die Geschichte, sind es dort eher die Kanalisationsalligatoren, die ja vornehmlich in New York City unterwegs gewesen sein sollen. Ja, das ist wirklich eine Geschichte, mit der ich quasi aufgewachsen bin. Im Prinzip rollt man bei dieser Geschichte ganz oft das Pferd, nee, man zäumt das Pferd von hinten auf und beginnt mit den Auswirkungen. Vielleicht können so ein Pferd auch aufrollen. Oh wei. Die armen Pferde. Ist das einfach zu warm? Machen Sie einfach weiter. Ich komme nochmal rein. Ja, komm nochmal rein. Also normalerweise zäumt man bei diesen Geschichten über die Krokodile in der Kanalisation oder die Alligatoren in den Abwasserkanälen das Pferd von hinten auf und beginnt mit den Auswirkungen. Also es wird sich erzählt, es gäbe in den Abwasserkanälen, die ja sehr weit verzweigt sind unter so einer großen Stadt wie New York, eine Population von Alligatoren. Manchmal erzählt man sich auch noch, dass die, weil die schon so lange da unten überleben und das tun sie übrigens, weil sie Ratten fressen zum Beispiel und auch den Müll, der da irgendwie unten landet und ja, die haben sich halt irgendwie an das Leben da unten angepasst. Manchmal erzählt man sich deswegen auch, sie seien weiß und blind. Warum? Logisch, weil sie natürlich nie das Sonnenlicht erblicken. Also so ein bisschen wie Alligatoren, Grottenolme, krebsen die da unten durch die Gegend und treiben da ihr Unwesen und haben sich aber zu einer ganzen Population ausgewachsen. Wie kann das sein? Es gibt UrlauberInnen, die in Miami gewesen sind oder irgendwie generell in Florida, erzählt man sich meistens. Und die haben sich als Souvenir kleine Alligatoren, also wirklich richtige winzig niedliche kleine Babyalligatoren als Souvenir mitgebracht, lebende, wohlgemerkt. Haben die dann eine Zeit lang als Haustier gehalten. Irgendwann sind die logischerweise groß geworden oder größer und irgendwann wussten die sich ... Huch, genau, sowas wächst ja, so ein lebendes Tier. Und irgendwann wusste man sich nicht mehr zu helfen und hat sie einfach das Klo hinuntergespült. Und dann sind sie eben in den Abwasserkanälen gelandet und haben dort überlebt. Wenn man die Geschichte noch mehr ausschmückt, dann kommt noch dazu, dass sie sich auch deswegen verändert haben, weil wir ja auch so ganz merkwürdigen Müll eben da unten entsorgen. Und dann gibt es da Strahlung und dann mutieren die halt und dann gibt es im Prinzip eine Monsterpopulation. Soweit die Geschichte. Und ich habe mich damals schon ... Also das wurde mir als Kind so oft erzählt, diese Story. Also immer natürlich so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Also unter der Prämisse, wir wissen halt nicht, ob das stimmt, aber es ist irgendwie eine coole Geschichte. Immer unter der Prämisse, dass die ja mutiert sind, nachdem sie Haustiere gewesen sind. Und ich habe mich damals schon immer gefragt, wenn aber doch die Leute, die erst mal als Haustier gehalten haben und die halt größer geworden sind, waren die dann wirklich noch klein genug, um sie da runterzuspülen? Passt dann so ein Alligator überhaupt noch ins Klo und bleibt der nicht irgendwo stecken? Also das war halt immer so ein Unsicherheitsfaktor. Aber man lässt sich ja gerne faszinieren von solchen Storys. Und klar, es ist natürlich eine moderne Sage. Du hast es am Anfang schon gesagt, so in die Frühzeit des 20. Jahrhunderts kann man das so zurückverfolgen und so richtig Fahrt aufgenommen hat, so in den 50er, 60er Jahren. Da war das schon tatsächlich etabliert. Und es gibt auch einen Roman, wo das eine Rolle spielt. Der ist von Thomas Pynchon. Der Roman, sein Erstlingswerk, nennt sich Wie. Und ist irgendwie, also ich kann den Inhalt überhaupt nicht zusammenfassen. Ich versuche es auch gar nicht. Das ist so ein Konglomerat an irren Geschichten aus New York, irgendwie aus den 50ern oder so. Und da kommen eben auch diese Alligatoren in den Abwasserkanälen vor. Und da sind die halt auch blind und weiß, also so Albino-Alligatoren. Und irgendwann hat sich halt dieses Motiv fortgesetzt. Was dahinter steckt, finde ich sehr, sehr spannend. Weil es zum einen zeigt, dass wir fast Angst haben vor dem, was uns normalerweise in unserem Alltag verborgen bleibt. Also wir, die wir in großen Städten wohnen, wissen irgendwie schon, da ist noch was ganz anderes unter uns drunter. Wenn wir einfach so durch die Straßen bummeln und Einkaufsbummel machen und so weiter, ist unter uns eine vollkommen andere Welt, die wir vielleicht auch nicht einschätzen können, die wir nie zu Gesicht kriegen. Und wer weiß, was da so alles lauert. Also man hat fast so ein Unterweltsmotiv. Und dass eine Unterwelt bevölkert ist von Monstern, das ist irgendwie überhaupt nicht überraschend. Das haben wir, das zieht sich durch die Kulturgeschichte hindurch und durch die Mythologien hindurch. Und insofern ist der Schritt halt nicht weit. Es ist wirklich wahr. Der Schritt ist also nicht weit, sowas in unseren Alltag, in unseren modernen, in unseren Großstadtaultag zu übertragen. Das finde ich ein ganz spannendes Motiv. Und dann gibt es natürlich noch das Motiv des Entsorgens von Dingen, mit denen wir nicht mehr klarkommen. Und ich finde das wirklich traurig, weil das, oder eigentlich gut an dieser Geschichte, dass sie so gesellschaftskritisch ist. Also wir halten uns irgendwelche Tiere als Haustiere, die überhaupt nicht in unseren Alltag gehören. Exotische Tiere, die nichts bei uns zu suchen haben. Nicht wie ein Hund oder so, der unser Kumpel sein kann. Sondern Alligatoren oder eben auch Raubkatzen zum Beispiel haben nichts als Haustiere bei uns verloren. Und insofern ist es eigentlich sonnklar, dass wir mit sowas nicht zurechtkommen. Und was machen wir modernen Menschen, wenn wir mit irgendwas nicht klarkommen? Wir lassen es irgendwo verschwinden. Wir kehren es unter den Teppich oder spülen es halt das Klo runter. Das ist wirklich meiner Ansicht nach ein Gesellschaftskommentar. Und dann landet es halt irgendwo, wo wir es zwar nicht mehr sehen, wo es aber trotzdem Probleme bereitet. Und das, was wir halt so auf perfide Art und Weise einfach so entsorgen und denken, das ist halt weg, das kommt dann zurück, um uns buchstäblich in den Hintern zu beißen. Insofern finde ich diese Geschichte zu Recht bei mir persönlich auf Platz vier. Und nicht nur, weil ich damit aufgewachsen bin, sondern weil ich sie einfach für sehr gelungen halte. Und es gibt auch den Fakt, dass der Commissioner of Sewers in New York City der damaligen Zeit, ein Herr Teddy May, so ein ganz bisschen diese Geschichten auch kolportiert hat, warum er das auch mal machen wollte. Vielleicht wollte er mehr Personal haben. Man weiß es nicht so genau. Da wollte er sein Personal abschrecken. Abschrecken. Man hat keine Ahnung. Oder Menschen davon abschrecken, in den Zugress unterwegs zu sein. Wie auch immer. Das heißt, wir haben natürlich auch jemanden, der in einem gewissen Amt, mit einer gewissen Autorität, dann diese Geschichten auch weiterverbreitet hat. Und es gibt natürlich auch hier wieder, bevor ihr anfangt, die Kommentare zu leppen, es gibt vereinzelte Fälle und Geschichten, wo natürlich mal ein Alligator oder auch ein Krokodil in Kanalisationen aufgetreten ist. Das ist in Paris mal passiert. Es gibt einige andere Städte in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo das passiert ist. Das sind aber häufig dann Städte, die so in den Bundesländern von Amerika sind, die eine Nähe zu sümpfen haben, wo es dann auch tatsächlich Krokodile oder auch Alligatoren gibt. Und da ist es dann mitunter so, dass bei Hochwasserzeiten, die dann dem Wasser folgend auch mal in so Hochwasserrohre, die dann zu einer städtischen Kanalisation gehören, landen. Da ist es aber dann relativ klar, dass die da nicht aufgewachsen sind. Und ein großes Problem bei diesen ganzen Geschichten rund um die Tiere, die da in den Kanalisationen leben sollen, ist die Tatsache, dass sie da nicht Futter finden würden. Und dass sie tatsächlich durch die, ich sag mal Atmosphäre, die chemisch-biologische Suppe, in der sie unterwegs sind, auch wahrscheinlich sehr schnell an Infektionen versterben würden. Weil das natürlich ein Biotop ist, in dem jetzt so ein Tier wie ein Krokodil nicht gut überleben kann. A, wenig Futter. B, viele Bakterien, die den Körper auch schädigen können. Das heißt, auch hier sind sich die Biologen wieder einig. Selbst wenn man dort ein Tier aussitzen würde, würde das nicht der alte Riesengroß werden, schon gar nicht mutieren, sondern würde wahrscheinlich relativ schnell sogar sterben müssen, weil es da gar nicht überleben könnte. Also das sollte man auch noch mal erwähnt haben. Zwei Motive wollte ich noch ganz kurz ansprechen, die da auch eine Rolle spielen. Also dieses Die-Toilette-runterspülen kennt man auch als Motiv sogar aus Filmen, zum Beispiel in anderem Zusammenhang, wenn nämlich ein Haustierfisch stirbt und sich dann die Familie um das Klo versammelt, um dann den Fisch zu beerdigen. Und das heißt dann in dem Fall, ihnen feierlich die Toilette runterzuspülen. Da haben wir dann natürlich das Motiv in einem anderen, etwas harmloseren Zusammenhang. Und das andere Motiv ist weniger harmlos, sondern eher traurig. Was natürlich da auch so ein bisschen mit hineinspielt oder zumindest in den Komplex gehört, ist das selbst schon etwas sagenumwobene Motiv der Tunnelmenschen, der Mole People oder Sewer People. Wenn nämlich dann die Erzählung sich darum rankt, dass sehr, sehr viele Menschen in eben diesen verlassenen U-Bahn-Schächten oder überhaupt in einer Art Unterwelt unter großen Städten wohnen. Und manchmal werden diese Sagen so weit weitergesponnen, dass diese Menschen ganze Stämme gebildet haben und sich sozusagen eine Parallelgesellschaft gebildet hat. Also in der 80er-Jahre- oder 90er-Jahre-Serie Die Schöne und das Biest. Ich würde eher 80er ausgehen, der 80er, Anfang der 90er. Oder auch Futurama halt. Genau, Futurama, da kommen die halt auch vor. Da hat man dann halt dieses Motiv der Parallelgesellschaft unter einer Stadt. Es gibt natürlich Fälle, tragischerweise, in denen obdachlose Menschen sich in verlassene U-Bahn-Schächte begeben und da versuchen, irgendwie zu überleben. Aber dass sich eben Parallelgesellschaften, ganze Stämme von Tunnelmenschen oder Seerpeople oder Moldpeople bilden, das ist dann eher ins Reich der Sagen zu verweisen. Das wäre dann jetzt Platz 4 gewesen. Platz 5, tierisch, Platz 4, tierisch. Platz 3, anders, aber auch sehr, sehr klassisch, muss man sagen, im Englischen Killer in the Backseat oder dann auf Deutsch der Killer auf der Rückbank. Eine Geschichte, die im Wesentlichen im angloamerikanischen Raum sehr, sehr verbreitet ist, aber die gibt es natürlich inzwischen dann auch weltweit als Exportschlager. Und ich finde, Alexa, du erzählst solche urbanen Geschichten, Legenden so schön. Das ist in dem Fall auch eine, mit der ich aufgewachsen bin, die mir als wahrerzählt wurde, als ich noch ziemlich jung war. Ich glaube, noch unter 10 Jahre alt. Und die Geschichte geht folgendermaßen. Eine Frau ist nachts alleine auf einer Landstraße unterwegs und möchte noch mal tanken. Sie hält an der Tankstelle und füllt ihren Autotank. Und danach fährt sie halt auch ganz normal wieder los. Also da steht noch irgendwie so ein LKW da an der Tankstelle rum. Der steht da auch noch, als sie losfährt. Und kurze Zeit später sieht sie, dass dieser LKW hinter ihr herfährt und immer wieder aufblendet. Also sie schaut dann in den Rückspiegel und jedes Mal blitzt dann eben das Licht auf. Und sie ist total schockiert und ängstlich und hat das Gefühl, dieser Wagen oder dieser LKW verfolgt sie und kriegt furchtbar Angst und fährt nach Hause und hält dann vor ihrer Haustür. Und in vielen Fällen ist es so, in vielen Varianten hält dann eben dieser LKW auch bei ihr zu Hause und sie rennt rein. Und dieser Fahrer sagt dann halt, ich wollte sie nur warnen. Da hat sich jemand, als sie angehalten haben, auf ihre Rückbank geschlichen. Und in manchen Varianten sieht sie eben dann auch, dass da tatsächlich ein Mensch, der ihr nichts Gutes wollte, auf dem Rücksitz gesessen hat. Und sie ist dann eben nur knapp einem Anschlag entkommen. Und gewarnt ist sie worden von einem, den sie eigentlich eher für gefährlich gehalten hat. Also dieser Lastwagenfahrer, der hinter ihr hergefahren ist, der wird auch ganz oft als so ein bisschen abgerissen beschrieben und nicht sehr vertrauenserweckend rein von seinem Erscheinungsbild her. Aber es ist halt noch mal gut gegangen und der, von dem sie eigentlich dachte, dass er gefährlich ist, wollte sie nur warnen vor einer viel schlimmeren Gefahr. Und dieses Motiv ist jetzt ein Motiv, so ein bisschen anders als die anderen Motive, wo wir es jetzt gar nicht erst versuchen wollen. Wir werden euch eine sehr lange Liste mit Quellen verlinken. Wenn das nicht heute am 30.06. passiert, seht es mir nach, dann bekommt es morgen am 1.07., weil ich gleich im Anschluss nachher noch eine andere Sendung auf Twitch habe, nämlich alle bekloppt mit der wunderbaren Sophia Krapfeis. Wurscht. Also, nur was wir jetzt da haben und das ist bei den anderen Plätzen nach vorne hin dann auch eh nicht der Fall, das ist von Filmen, Fernsehserien endlos aufgegriffen worden. Und ja, ihr könntet uns jetzt wahrscheinlich mit ganz vielen Mails und Kommentaren sagen, und die Geschichte ist doch da vorgekommen. Und da wissen wir, wir haben nicht alles gesehen, aber wir wissen natürlich über die Existenz. Und diese Killer in the Backseat-Geschichte bietet sich ja auch einfach an. Also, das ist sowohl eine Geschichte, die wunderbar funktioniert, wenn man beim Camping zeltend mit einer Taschenlampe unterm Kinn sich gruselige Geschichten erzählt oder bei einer Pyjama-Party oder sonst wie funktioniert die super. Aber sie funktioniert natürlich auch wunderbar, wenn man sie mit filmischen Mitteln aufgreift und dann verbreitet. Und schon in der Twilight Zone Serie ist das aufgegriffen worden. Im Film Halloween von John Carpenter aus dem Jahr 1978 gibt es dieses Motiv in Variationen. Also, da merkt man schon, dass das aufgegriffen worden ist. Und natürlich, seit es dann ja auch die düstere Legenden-Filme gibt, also auch da kommt das alles drin vor. Das heißt, wir haben hier eine Geschichte, die so gut ist, dass sie dann letztendlich auch filmisch umgesetzt wird, weil sie einfach als Narrativ einfach wunderbar funktioniert. Ja, denn hier, ich muss es fast gar nicht interpretieren, haben wir wirklich ein klassisches Angstmotiv. Es sind ganz oft Frauen, die alleine unterwegs sind in diesen Storys. Wir haben ja auch eine leicht ähnliche Variante mit der behaarten Hand von einer Frau, die in einer Tiefgarage ist, einkaufen war und dann steht da so ein altes Mütterchen mit Kopftuch und möchte gerne mitgenommen werden. Und die Frau macht die Beifahrertür auf vom Fahrersitz aus und will die Dame einsteigen lassen. Und beim Einsteigen sieht sie halt, dass diese vermeintliche alte Dame eine behaarte Männerhand hat. Die Frau knallt die Tür ganz schnell wieder zu und sieht dann eben erst zu Hause, dass dieses Mütterlein, dieses angebliche eine Tasche im Fußraum des Beifahrersitzes vergessen hat. Und darin sind dann Mordwerkzeuge. Also auch hier was vermeintlich Harmloses, was dann gefährlich ist. Und hier haben wir eben das Motiv, dass uns die eigentliche Gefahr noch viel, viel näher ist, als wir glauben. Und die Frau denkt eben, sie wird von einem gefährlichen Menschen verfolgt, der ist aber noch draußen irgendwo, fährt hinter ihr, schlimm genug. Sie kriegt Angst. Und in Wirklichkeit, das wissen wir dann irgendwann auch, wenn dann die Pointe die Geschichte auflöst, war ihr die ganze Zeit eben dieser, oft ist es ein entflohener Mörder, das habe ich, glaube ich, vergessen zu erzählen, ist ihr dieser entflohene Mörder auf dem Rücksitz noch viel, viel näher und war eigentlich gefährlich. Also so eine klassische Campfire-Story. Bei der Geschichte ist es so, dass es einen Kern, einen Ausgangspunkt gibt, einer wahren Geschichte, die sich darum spinnt. Man kann das sehr schön nachrecherchieren bei Snopes. Auch das werden wir euch dann entsprechend spätestens morgen verlinken. Sehr langer Artikel, wieder wunderbar recherchiert von Snopes. Es bleibt dabei, dass es im Grunde genommen eine Legende ist, die sich aber auf einen eventuell realen Fall bezieht oder daraus weiterentwickelt worden ist. Insofern, auch das wollen wir nochmal verlinken, für alle Dinge, die sagen, ja, aber hat es da nicht mal wirklich einen Fall in dieser Richtung gegeben? Ja. Und auch da ist es ja häufig so, dass diese urbanen Legenden dann besonders gut funktionieren, wenn sie halt ganz dicht an der Realität dran sind. Und wenn man eventuell einen Zeitungsartikel gelesen haben könnte, der so ähnlich ist, spinnen ja Jörg Palma, habe ich ja gerade schon gesagt, die Bananen spinnen oder die spinnen, die in den Bananenkisten drin sind, das ist ja auch so ein Fall. Deswegen gehen die halt auch nicht weg. Und das ist ja übrigens das Spannende, wenn wir gleich noch die letzten beiden uns anschauen, aber auch das sagst du ja immer wieder und ich habe es inzwischen dann auch in meine DNA aufgenommen, sie sind halt wandelbar, diese modernen Sagen. Deswegen heißen sie ja auch modern, weil sie immer wieder an die modernen Zeiten, Gegebenheiten angepasst werden und damit ja äußerlich angepasst werden. Der Kern ist gleich, äußerlich werden sie angepasst, sodass sie auch nie wirklich alt wirken. Also wenn die Automarke genannt wird, wird die Automarke im Zweifelsfall immer wieder mit modernisiert und wenn es früher ein Pferdefuhrwerk ist, dann ist es jetzt ein Auto und deswegen sind sie halt auch nicht tot zu kriegen, wollen wir auch gar nicht, aber deswegen sind sie so lang anhaltend im Bewusstsein. Genau, die entwickeln sich halt mit uns mit und bei uns entwickelt sich, bei uns Menschen ja schon eher so die Technik und der Alltag und unsere Kultur weiter, aber die Dinge, vor denen wir Angst haben zum Beispiel, die bleiben dann doch im Kern gleich. Das heißt also, das Gewand verändert sich bei diesen Sagen. Passt sich an den aktuellen Alltag an, an unsere Kultur an, aber der Kern bleibt gleich. Das ist eine ganz zentrale Erkenntnis, was moderne Sagen angeht und ja, damit können wir eigentlich schon zum nächsten Platz kommen, denke ich. Genau, Platz zwei und irgendwie, obwohl das gar nicht so wirklich passt, weil da gibt es ja eine eigene moderne Sagen, so muss ich gerade daran denken, an den Otto-Film vor hunderten von Jahren, die lief da aber immer mit dieser Sequenz. Schauen Sie nach dem Baby. Stimmt. Die geleckte Hand oder auch, mitunter findet man den Titel. Humans can lick too. Auch Menschen können lecken. Menschen können lecken. Nicht, was sie jetzt denken. Ja, genau. Und jetzt wird es wirklich gruselig und Leute, die nicht möchten, dass Haustieren was passiert, die sollten jetzt vielleicht ein bisschen vorspulen und sich diese Geschichte nicht anhören. Ich steige einfach mal ein. Ist aber eine moderne Sagen. Ja, ja, also hier, ne, Fiction. In der Geschichte geht es um ein junges Mädchen, was zum ersten Mal alleine zu Hause ist und zum Glück ist noch der Hund da, der Familienhund, der leistet ihr Gesellschaft und sie hat natürlich so ein bisschen Bedenken, ob nicht vielleicht doch jemand einbrechen könnte ins Haus und dann hört sie auch noch, dass ein Häftling entflohen ist, ein Mörder entflohen ist aus einem nahegelegenen Gefängnis und das macht dann natürlich noch zusätzlich Angst und sie verschließt vermeintlich alle Türen und Fenster, vergisst aber ein Kellerfenster, was dann offen steht und geht dann halt schlafen und weil sie dann halt ein bisschen Angst hat, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, ich habe das früher auch gemacht, holt sie sich den Hund ins Zimmer und sorgt dann dafür, dass der neben dem Bett liegt und ihr so ein bisschen Gesellschaft leistet und einfach dabei ist, da fühlt man sich wirklich besser, ich kann das, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen. Ich fühle mich auch wohl da, wenn der Kater zu mir kommt. Ja, das ist immer schön, genau. Und nachts hört sie so ein tropfendes Geräusch und wird davon wach, hat aber zu viel Angst aufzustehen und nachzugucken, was es denn damit auf sich hat und sie greift aber neben das Bett, weil sie ja weiß, dass der Hund noch da ist und dann spürt sie auch, wie so eine Zunge ihre Hand leckt und denkt, ach, der Hund ist da, dann ist ja alles okay und der schlägt auch nicht an, dann wird es schon passen. Sie schläft wieder ein und steht am nächsten Morgen auf, also der Hund liegt nicht mehr neben dem Bett, aber das ist auch nicht weiter verwunderlich und sie geht ins Badezimmer und zu ihrem großen Entsetzen sieht sie, dass der Hund im Badezimmer regelrecht aufgeknüpft wurde und am Spiegel steht mit Blut geschrieben, Humans can lick too, also auch Menschen können lecken und in dem Augenblick, ich muss es kaum erwähnen, weiß sie natürlich, dass jemand ins Haus eingedrungen ist und den Hund getötet hat und sie wahrscheinlich selber nur knapp einem Mordanschlag entgangen ist. Soweit diese wirklich, wirklich gruselige Geschichte, die mir jedes Mal wieder eine Gänsehaut verursacht. Ich habe ja eigentlich ein Fable für so Horror-Urban-Legends und das wissen die meisten von euch, die schon länger Huxilla hören auch. Hier, diese Geschichte macht mir wirklich ein bisschen Probleme, weil ich es wirklich nicht mag, wenn Hunden oder überhaupt Tieren was passiert. Wenn sich Alligatoren in Monster verwandeln, in irgendwelchen Abwässerkanälen, dann kann ich da noch damit umgehen, weil ich sozusagen weiß, dass das ins Reich der Legenden zu verweisen ist. Aber wenn Hunden was passiert, dann bin ich immer so ein bisschen empfindlich. Aber diese Geschichte ist eigentlich ein ganz klassisches Beispiel für das, was wir eben schon besprochen haben. Eine Gefahr, die so nah ist, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und dann rückblickend die Vorstellung dieses Mädchens, ich habe da jetzt die Nacht in meinem Bett verbracht und nichts Böses geahnt. Und währenddessen hat sich Schreckliches vollzogen, direkt neben mir oder direkt in meiner Nähe. Das muss furchtbar sein. Also diese Angst, die kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch hier eine Geschichte, die oft dann aufgegriffen worden ist. Und wir finden hier den Hinweis, dass die Geschichte 1919 eine Vorgeschichte hatte, in einer Geschichte The Diary of Mr. Pointer, von einem Autor, der M.R. James heißt. Und da geht es dann auch darum, dass da eben kein Hund neben der Figur sitzt, während jemand den vermeintlichen Hund krault. Also auch hier wieder so ein Ausgangspunkt, ein Kernchen, was haben wir nicht so oft. Was hier jetzt schon durchkommt ist, obwohl du ja Herrn Brednich so oft und gerne zitierst, sind alles Platz 3, Platz 2 und jetzt der kommende Platz 1 Geschichten, die von einem anderen Volkskunden, nämlich Jan-Harold Brunewand zusammengetragen worden sind. Und ich habe da so das Gefühl, dass du zwar die deutsche Erzählforschung sehr magst, aber Brunewand mit seinen dann doch etwas düsteren, modernen Sagen dann am Ende, was diese Top 3 angeht, dann gewonnen hat. The Vanishing Hitchhiker, eine seiner Sammlungen, die er gemacht hat von Büchern. Da hast du ein wunderschönes Antiquariatisches, Gott, Exemplar. Antiquarisch erworbenes. Antiquarische Herrschaft. Exemplar, wir werden auch da nochmal einen Link setzen, wen das interessiert. Ich weiß gar nicht, ob die auch auf Deutsch erschienen sind oder nur in Englisch. Das gucke ich nochmal nach, wenn ich den Link setze. Können wir aber auch empfehlen, weil Brunewand einfach auch sehr, sehr schöne Geschichten zusammengetragen hat. Ja, also wer da noch irgendwie drankommt. Also Brunewand war im Prinzip ein bisschen vorbrednig, derjenige, der im amerikanischen Raum oder überhaupt im englischsprachigen Raum eben diese Geschichten gesammelt hat. Er war auch nicht der Erste, der das gemacht hat. Also gerade bei einer, die wir dann auch noch erzählen werden gleich, war es so bei Platz 1, dass wirklich Leute schon relativ früh angefangen haben, daran zu forschen. Aber Jan-Harold Brunewand mit seinem The Vanishing Hitchhiker, American Urban Legends and Their Meanings. Also das hier, die Ausgabe ist von 81, die ich hier habe, ist schon relativ früh mit dabei. Und der hat halt das eigentlich dann so gemacht, wie Breednich hinterher. Er hat dann die modernen Sagen in ihren vielen, vielen Varianten aufgeführt und hat dann zu jeder so ein bisschen geschrieben, wo sie denn herkommt und was für Motive dahinter stecken. Und es sind sehr, sehr viele dabei, die wirklich sehr, sehr gruselig sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das Absicht ist oder ob das halt der Tatsache geschuldet ist, dass die sich zu der Zeit, als er gesammelt hat, besser weiter tradiert haben. Also die sind schon eher so ein bisschen eklig, gruselig. Also zu den Alligatoren in den Abwasserkanälen hat er auch was geschrieben. Leute, Achtung da draußen, The Hippie Babysitter ist eine ganz gruselige Urban Legend. Also die würde ich, wenn man zart beseitet ist, auch eher einen Bogen machen. Solche Sachen sind dann halt da drin. Und er bespricht das sehr, sehr gut und ausführlich. Die englische Variante gibt es auf jeden Fall auch als Taschenbuch zu kaufen. Das verlinken wir auf Deutsch, gibt es das nicht. Ich habe gerade noch mal geschaut, während du dich schon wieder in dieses Buch versunken hast. Ja, ich blätter hier so schön. Aber schön, also wenn ihr sagt, da möchte ich mehr von lesen. Also diese etwas gruseligeren, düsteren Geschichten, die findet man in der Tat bei Brunenband. Interessant finde ich hier einfach, dass er die amerikanischen modernen Sagen gesammelt hat. Und die haben offensichtlich einen leicht düsteren Anschlag. Wobei die Deutschen noch ein bisschen moralischer daherkommen. Hier ist es ja häufig so bedrohliche Szenarien. Das ist bei Breednich ein bisschen anders. Das finde ich ganz interessant. Ja, wobei ich halt nicht weiß, inwiefern da Breednich dann doch ausgewählt hat. Es gibt ja einen Aufsatz von ihm, der in der Fabula, also einer Fachzeitschrift für Erzählforschung erschienen ist, wo er so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und auch mal so andeutet, was für Geschichten er alle nicht aufgenommen hat. Aber die waren ja eher, dass sie so rassistische Unterfülle hatten. Also die ganz fiesen Sachen wollte er halt in diesen Büchern nicht mit drin haben. Ja, genau. Aber klar, die sind düster. Wie übrigens auch die japanischen Urban Legends. Und überhaupt die japanischen Geister sagen. Wir haben das ja auch schon in ein paar Folgen mal angedeutet. Die sind wirklich hardcore. Genau. Und gruselig. Dass wer da noch eine Schippe drauflegen will. Aber wir reden schon so lange. Wir müssen, glaube ich, jetzt den Platz 1 küren. Trommelwirbel. Wenig überraschend, muss man sagen. Aber für mich auch gut nachvollziehbar, warum du dich, mich hast darauf einigen lassen, dass das der Platz 1 ist. Ist tatsächlich die Geschichte vom Vanishing Hitchhiker. Also die titelgebende Geschichte dieser Brunnenwandsammlung. Und es macht auch Sinn. Und eine Geschichte, die, wie ich finde, so, also du wirst gleich natürlich eine Variante erzählen, aber so wandelbar ist. Und so oft erzählt worden ist. Und so findbar ist. Und sogar hier in der Nähe von Arschkirchen. Haha, wo wir jetzt wohnen. Da gibt es eine eigene Variation im Grunde genommen davon. Einfach ganz fantastisch. Also der verschwundene Anhalter, oder der verschwindende Anhalter. Oder die verschwundene Anhalterin. In dem Fall. Platz 1 der modernen Sagen. Frau Waschkau, bitte. Ja, ich möchte die hier, tatsächlich mal ausnahmsweise nicht aus Brunnenwand zitieren, sondern aus Brednichs Pinguine in Rückenlage. Und ich muss sie auch ein bisschen zusammenfassen, weil sie hier wirklich sehr, sehr ausführlich dargestellt ist. Ein Außendienstmitarbeiter ist im Auto unterwegs, auf dem Land und auch recht schnell unterwegs an einer Stelle, die so ein bisschen berühmt-berüchtigt ist, weil sie sehr kurvenreich ist und sehr bergig und weil da auch Unfälle passieren. Und das ist er auch noch im Februar. Das heißt, das Wetter ist auch nicht das Allertollste. Und als er da so vor sich hinfährt, sieht er auf einmal im Scheinwerferlicht eine junge Frau, die neben einem verunglückten Wagen steht und winkt. Und weil die junge Frau, so wird es hier beschrieben, auch noch hübsch ist, hält er natürlich an. Also das ist auch schon wieder, also streichen Sie das. Aber halt zu der Zeit, als diese Sagen gesammelt wurden, war Sexismus halt auch noch ein bisschen vielleicht anders in der Gesellschaft verankert. Auf jeden Fall, er hält an und fragt sie, ob er ihr helfen kann. Und sie sagt, ja, mir ist der Wagen auf der glatten Fahrbahn gegen den Baum gerutscht. Könnten Sie mich vielleicht in den nächsten Ort so und so mitnehmen? Und der Außendienstmitarbeiter, der öffnet ihr natürlich die Tür und hilft ihr beim Einsteigen und wundert sich kurz so ein bisschen, dass sie nur eine Handtasche dabei hat und auch so komisch kalte Hände hat. Und dann denkt er sich, aber ja, ist ja auch Winter irgendwie und hier ist ja auch kalt. Dann fahren sie so durch die Gegend, reden nicht besonders viel und der Außendienstmitarbeiter, also der Fahrer des Wagens, muss sich halt auch auf die Fahrbahn konzentrieren und irgendwie hat er das Gefühl, das ist noch viel gefährlicher als sonst. Dann kommt er in den Ort und dreht sich um zum Beifahrersitz und will sie fragen, wo denn genau er sie rauslassen soll. Und zu seinem großen Schrecken sieht er auf einmal, dass der Platz neben ihm leer ist und dort nur noch die Handtasche der jungen Frau liegt. Und dieser Kollege von dem Erzähler, also dieser Außendienstmitarbeiter, sagt dann irgendwie, das ist doch jetzt nicht wirklich passiert gerade, das habe ich mir doch nicht eingebildet. Ich habe ihn irgendwo angehalten. Die ist auch mit Sicherheit nicht aus dem fahrenden Auto gesprungen mitten in der dunklen Nacht. Ich will jetzt wissen, was Sache ist. Er öffnet die Tasche und schaut sich den Ausweis, den er dort findet, an und sieht natürlich die Adresse und denkt sich, ja, da fahre ich jetzt hin und frage mal nach, was denn da gerade passiert ist. Und er sucht sich dann durch und klingelt in dem Haus dieser Adresse und da macht eine ältere Frau auf. Und er sagt dann, entschuldigen Sie bitte die Störung und reicht ihr die Handtasche und erzählt ihr, dass er bis vorhin zum Ortseingang eine junge Frau mitgenommen hat, die einen Unfall hatte mit ihrem Wagen. Aber die ist jetzt irgendwie verschwunden, hat aber ihre Tasche bei mir im Wagen liegen lassen. Und die ältere Frau, die die Tür aufgemacht hat, nimmt die Tasche in die Hand und ihr stehen Tränen in den Augen. Und sie sagt, ja, das ist die Tasche von meiner Marlies, aber die ist doch schon vor zwei Jahren da oben, da hinten am Hügel, tödlich verunglückt. Heute auf den Tag genau um diese Zeit. Soweit die Geschichte von der verschwundenen Anhalterin. Auch diese Geschichte in zahllosen Variationen zu finden. Die weiße Frau aus dem Ebersberger Forst. Also wenn wir die dann noch hinzunehmen, die weißen Frauen, aber hier insbesondere Ebersberger Forst, die ja dann auch an der Straße steht. Hier tatsächlich eine regionale Geschichte. Einige HörerInnen waren da auch mal an der Stelle und haben dann Fotos uns geschickt. Vielen Dank nochmal dafür, dass ihr das besucht habt. Ja, das ist toll. Vielleicht schaffen wir das auch nochmal, irgendwann da hinzufahren. Und auch hier natürlich verschiedene Variationen und natürlich oft aufgegriffen als Motiv in Geschichten. Und diese Geschichte eben so wandelbar, ich erinnere mich noch an diese Comics früher von Bastei Lippe, die Gespenstergeschichten. Auch da gab es immer wieder Variationen davon. Ich glaube, ich kann mich an zwei zumindest erinnern. Ein Reiter, der eine Frau mitnimmt. Und einmal, um sie dann nach Hause zu bringen mit diesem Motiv, dass sie verstorben ist und dann ein bisschen später in der modernen Zeit dann auch nochmal jemand, der von der Disco nach Hause fährt. Ja, genau, das ist halt auch so ein häufiges Motiv. Also wie gesagt, es gibt wirklich drölfzig Varianten dieser Geschichte. Von bis, es ist nicht immer so, dass diese verschwundene Anhalterin irgendwas zurücklässt. Manchmal ist sie auch einfach nur so verschwunden. Und sie hat aber vorher ihre Adresse genannt. Und dann fährt der Fahrer da trotzdem hin und fragt mal nach. Und erfährt dann eben, dass er eine Verstorbene, dass er quasi ein Gespenst mitgenommen hat. Oder aber eine andere Variante ist, dass diese Anhalterin sich eine Jacke ausleiht und dann aber auch irgendwann verschwunden ist oder vorher noch bittet, dass man doch an einem Friedhof kurz anhält auf dem Weg. Dann ist sie aber verschwunden und die Jacke hat sie irgendwie mitgenommen. Oder den Schal oder was auch immer sie sich da geliehen hat. Und die Leute wollen natürlich, dass was auch immer sie da mitgenommen hat, zurückhaben und machen sich dann auf die Suche und finden dann den verschwundenen Gegenstand auf einem Grabstein. Und das ist dann natürlich der Grabstein dieser Anhalterin. Und so kommt dann eben raus, dass es eine Verstorbene ist. Es gibt aber auch Varianten, die ein bisschen in eine andere Richtung gerutscht sind. Und wenn nämlich diese Erscheinungen, die mitgefahren sind im Auto, Warnungen aussprechen. Das geht dann auch von Gespenst, Warn vor XY bis hin zu fast göttlichen Gestalten, die mitgenommen werden und dann eben zur Belohnung, weil man sie ja mitgenommen hat, den Fahrer warnen vor irgendetwas. Also auch die Varianten hat man. Und ich musste in dem Zusammenhang aus an Medienberichte denken, die noch gar nicht so lange her sind. Es ist 2015, 16 mal so durch die Medien gegeistert, dass in Japan nach dem Tsunami ganz, ganz viele Taxifahrer merkwürdige Erfahrungen gemacht haben mit geisterhaften Fahrgästen, die dann auf einmal verschwunden sind. Also es schien, so wurde es dann dargestellt, eine regelrechte Epidemie von Geisterfahrgästen gewesen zu sein, kann man fast sagen. Und ich muss noch mal schauen, ob ich es wieder finde. Ich bin auch in einem Artikel darauf gestoßen, dass es ein YouTube-Video gibt, wo angeblich ein, also so eine Überwachungskamera zeigt, wie ein Gespenst einem realen, einem echten Fahrgast in ein Taxi folgt. Also das sieht wirklich ein bisschen gruselig aus, wie dann der Fahrgast einsteigt. Und hinter ihm ist aber so der schwarze Schatten oder eine schwarze Gestalt, die dann mit einzusteigen scheint. Und es wird dann kolportiert, das ist ein weiblicher Geist. Kann man jetzt nicht so ganz toll erkennen. Ich bin immer sehr schlecht in sowas, in dieser Mustererkennung bei Geistererscheinungen. Aber manche von euch da draußen, wenn sie das dann sehen, mögen das vielleicht erkennen. Aber halt auch diese Geschichten gibt es. Und diese Tradition von geisterhaften Fahrgästen in Taxen in Japan ist nicht nur in den letzten Jahren zu beobachten, sondern die zieht sich da halt auch durch die Kulturgeschichte, seit es Taxen gibt. Und was wir eben hier feststellen können bei diesem Motiv, warum es auch nicht weggeht, ist natürlich die Grenze zwischen dem jenseitigen und den diesseitigen, die da aufgebrochen wird, in allen möglichen Variationen. Sei es, dass es das Jubiläum ist, der Todestag, der Hochzeitstag. All diese Varianten gibt es. Also besondere Daten, die Warnungen aus dem Jenseits für das Diesseits, die ausgesprochen werden. Oder eben so ein schreckliches Ereignis wie der Tsunami, der dann vielen Menschen das Leben gekostet hat, die dann nochmal zurückkehren, um nochmal die Städte ihres alten Lebens zu besuchen. Also all diese Variationen, das ist natürlich auch ein Kernthema des Menschen. Der Tod, was ist nach dem Tod? Gibt es ein Zurück? Was passiert nach dem Tod? Und deswegen hält sich diese Geschichte natürlich auch so stark. Ja, die berührt uns alle irgendwie mehr oder weniger stark. Und es sind auch in den allermeisten Fällen junge Menschen, die dann als Geistererscheinung zurückkommen. Wobei bei den Warnungen eher ältere Frauen dann auch gerne mal. Gestalten da eher nicht genau. Aber bei diesen klassischen Mädel wird vom Tanzen irgendwie abgeholt oder will nach Hause gefahren werden nach einer Tanzveranstaltung oder so. Da sind es dann halt eher jüngere Leute. Und man erfährt dann halt auch, dass die wirklich buchstäblich aus der Mitte des Lebens gerissen wurden. Also die haben halt noch sehr, sehr viel Unfinished Business und versuchen immer nach Hause zu kommen. Also dieses Motiv des Geistes, der nochmal versucht, nach Hause zu kommen. Da haben wir dann fast sowas wie ein Wiedergängermotiv. Also die unruhige Seele, die aus dem Grab kommt und dann wieder zu den Lebenden will. Das hat man halt in vielen Wiedergängersagen auch. Also insofern steckt da wahnsinnig viel drin, was wir sowieso mit Geistererscheinungen verbinden und was die Gesellschaft nicht loslässt. Ein absoluter Klassiker und der wird garantiert noch lange, nachdem Alexander und ich nicht mehr sind, durch die Gegend geistern. Da werden wir dann Leuten in Aschkirchen der Kurve erscheinen. An der Hubertuskapelle. Genau. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt und das nicht sterbend langweilig findet, dann habt ihr auch gemerkt, wie die Faszination für moderne Sagen ist. Wir haben fünf herausgegriffen, haben da versucht natürlich die gewisse Motivik daran festzumachen. Wir haben hier die moralischen Geschichten, die Breth nicht auch gerne erzählt, mal ausgeklammert. Wenn ihr sagt, das war so cool, da können wir gerne nochmal was machen, schreibt uns das. Dann können wir jetzt vielleicht nicht 1.300. Erste Folge, das wäre dann schon ein bisschen schäbig, aber irgendwann, wenn die Zeit mal wieder passend ist, vielleicht nochmal so fünf andere moderne Sagen heraussuchen. Die sind wirklich absolute Klassiker, die Alexander im Wesentlichen ausgewählt hat, die ich auch alle gehört, gelesen habe. Wie gesagt, Vanishing Hitchhiker-Geschichte in Kindercomics, die ich damals gelesen habe, vor vielen, vielen Jahren, da taucht dieses Motiv auf. Und mit der Einordnung, die wir haben, wenn euch solche Geschichten begegnen, da geht es so ein bisschen auch darum, dass man so einen Sinn dafür entwickeln kann, solche Geschichten zu identifizieren. Vielleicht hilft euch das. Und ansonsten tatsächlich kann man die Geschichten, die Bücher von Breth nicht. Und natürlich das Buch von Brunwald, das kann man einfach lesen, das ist unterhaltsam. Und man nimmt einiges mit und sagt dann immer wieder, ach, das ist auch eine moderne Sagen. Und vor allen Dingen nicht das Vorwort auslassen, weil da wirklich nochmal wahnsinnig viel Spannendes und auch Theoretisches, aber nicht Trockenes vermittelt wird. Jetzt haben wir sehr lange über moderne Sagen geredet und jetzt müssen wir natürlich nochmal aufklären, ob die Geschichte, die du uns erzählt hast, die stinkende Kühltruhe, am Anfang, auch so eine war oder vielleicht sogar eine wahre Geschichte. Schauen wir mal. Die Auflösung Dann sag doch mal, was es damit auf sich hat. Ja, bei der Geschichte mit der dann doch stinkenden Kühltruhe im Urlaub, die aber nicht nur stinkiges Essen, sondern auch Schmuck enthielt, handelt es sich tatsächlich um eine moderne Sage. Und zwar ist die zu finden in Das Huhn mit dem Gipsbein von Rolf Wilhelm Brednich und ist dort als Variante 22 teurer Urlaub abgedruckt. Und ich weiß nicht, ob es ein Klassiker ist, aber ich finde es halt, es ist ein schönes Beispiel für die Angst, das eigene Zuhause zu verlassen, wenn man wegfährt. Also man will sich ja eigentlich erholen im Urlaub und Tapetenwechsel ist toll, aber vielleicht kennt das die ein oder andere da draußen, dass man dann doch irgendwie ein mulmiges Gefühl hat, wenn man alles zurücklässt. Also mir geht das immer so, vor allen Dingen wegen der Katzen, weil ich die Katzen nicht gerne alleine lasse, aber auch Kühltruhe nicht. Und ich muss an der Stelle mal eine Anekdote erzählen. In meinen ersten Semesterferien, als ich gerade in Münster angefangen habe zu studieren, da hatte ich so ein kleines Apartment halt in einem Privathaus. Und ich habe vor den Semesterferien, die ich komplett zu Hause verbracht habe, damals war das noch so, vergessen, den Kühlschrank ordentlich abzutauen und auszuräumen und war dann halt wirklich wochenlang weg. Und der ist dann tatsächlich, also da muss irgendwie ein Stromausfall gewesen sein oder irgendwas stimmte dann nicht. Jedenfalls war das Ding dann abgetaut, als ich wieder zurückkam. Und das, was ich noch oben im Gefrierfach hatte, nämlich Gemüse, hatte inzwischen wirklich Beine und Flügel bekommen und kam mir dann entgegen geflattert, als ich das Ding aufgemacht habe. Und das war sehr, sehr unschön. Insofern, das wäre jetzt die wahre Variante, aber alles andere, was ich euch erzählt habe in der Story, war halt eine moderne Sage. Da haben wir uns noch nicht gekannt. Nee, das stimmt, da haben wir uns wirklich noch nicht gekannt. Das ist schon ein bisschen her. Egal. Damit sind wir am Ende der 299. Episode von Hoaxilla. Wir werden in der 300. Episode, da gibt es auch ein kleines Video, da gibt es was anzukündigen, was wir schon an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen angekündigt haben. Das machen wir nochmal ausführlich. Kein Stress, landet ganz normal im Podcast-Feed. Und wir haben, dank uns Freundes dem Lars Naber von Auf Distanz, eine super Idee für die dann richtige 300. Folge bekommen. Aber das seht ihr dann alles im Podcast-Feed, geht weiter. Wir haben es geschafft, vier Folgen im Juni zu produzieren, weil wir im Mai säumig waren. Das war uns ganz, ganz wichtig. Und wir haben schöne Themen, wie wir finden, für uns gefunden. Die vielleicht auch wieder so, ja, Back to the Roots hat vor einigen Wochen jemand zu einer anderen Folge geschrieben. Ich glaube, zu den Fresno Nightcrawlers. Da schrieb jemand, oh Mann, endlich mal wieder Back to the Roots. Das ist ja immer so. Also wir variieren ja immer ein wenig mit unseren Themen. Und die Themenlisten sind sehr lang. Schöne Grüße an den Elo-Zwerg auf Twitter, der mir mitgeteilt hat, dass er vor elf Jahren uns den Schachtürken ja vorgeschlagen hat. Oh nein, Oliver Elo-Zwerg. Es tut uns leid, dass es so lange dauert. Er hat sich dann gewundert, warum ich da erst sechs Jahre später. Also lassen wir das alles mal so hingestellt. Das heißt, wenn ihr uns Themen vorstellt, landet ihr auch auf einer Liste. Und irgendwann greifen wir das auf. Das hat so viele Gründe, warum wir wann wie eine Folge machen. Das wissen wir manchmal selber nicht. Es ergibt sich manchmal so. Das macht Spaß und es ist einfach unglaublich. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Resümee fallen. Das machen wir demnächst. Wenn ihr uns zur 300. Episode etwas schicken mögt, macht das. Gerne auch ein Audioschnipsel oder sonstige Dinge, wenn ihr da Interesse habt. Ich weiß noch nicht genau, wann die erscheinen wird. Also wer das machen möchte, sollte es relativ schnell machen. Oder wir streuen es dann über die nächsten Folgen ein. Das gucken wir mal. Also wenn ihr was loswerden wollt. Wir haben auch noch ein Audioschnipsel. Das gucke ich mal, ob das in die 300. Folge reinpasst. Machen wir sehr, sehr gerne. Denn wir wissen, dass viele von euch uns schon sehr lange begleiten. Andere sind jetzt im Rahmen der Pandemie auf uns gestoßen, haben alles durchgehört im Rahmen der Pandemie. Was ich zum einen erschreckend, aber dann auch wieder toll finde, dass man das machen kann. Und das ist schön, dass wir sozusagen lange Hörerinnen haben im Sinne von seit vielen, vielen Jahren, die uns treu geblieben sind. Und immer wieder neu dazustoßen. Das toll soll es auch sein. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig oder uns wichtig, ich sage mal mir, aber wir sind ja, dass das alles frei verfügbar im Netz rumsteht. Dass jeder, der Interesse hat, sagen kann, oh, das war jetzt ein sehr interessantes Thema. Wie haben die denn angefangen? Und dann kann man sich das Grauen anhören von vor zwölf Jahren und dann einfach feststellen, wie es dann langsam besser geworden ist. Und das war mir immer wichtig und dafür werden wir auch sorgen, dass das so bleibt. Ein ganz, ganz herzliches, tief empfundenes Dankeschön an euch da draußen für die vielen Arten und Weisen, in der ihr uns unterstützt. Ihr tragt uns wirklich voran und sorgt dafür, dass wir sehr viel Freude haben, auch nach zwölf Jahren noch diesen Podcast zu machen. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Jahre mit euch. Mindestens die nächsten zwölf? Ja. Und jetzt binden wir das ab, weil sonst schmelzt sich hier einfach auf diesem Stuhl. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns demnächst zur 300, zur großen 300. Ein Irrsinn. Hätte ich mir nie träumen wagen, zu wagen gewagt, zu träumen zu machen. Oh, es wird Zeit. Und natürlich immer schöns gefischt bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.